Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3 Im letzten Part Oh, der Controller ist ausgegangen So, im letzten Part Haben wir den ganzen Sumpf Meines Erachtens nach Erkundet und jetzt sind wir ein Stück weiter gegangen Und erkunden wir hier Hier ist der Sumpf sogar Hey, krass Da sind sogar die toten Viecher Ja, dann kommen wir hier also doch Nochmal zum Sumpf zurück Also, es ist ja schön Also, wir sind noch nicht ganz fertig Hier ging's runter, ne? Ja, hier geht's runter Aber hier ist nicht mal was Das bringt auch einen gar nichts, oder? Hier runter zu fallen Also, irgendwie ja nicht Wir gucken mal oben weiter Was ist denn da? Was geht denn hier ab, bitte? Das sind diese schwarzen Dinger, ne? Also, diese Schwarzritter Schieß mich tot Ja Sind das Okay, da hab ich jetzt Mist gebaut Geil, da bin ich jetzt drauf gegangen Ähm, ja gut Alter, die sehen ja krass aus Die haben lange Haare Und haben Totenschädel Das könnten Mettler sein Ne, Quatsch jetzt Aber 5000 Seelen Die müssen wir zurückholen Naja, die sind wichtig Ich find's krass Wie wenig Seelen Man in diesem Spiel bekommt Anders als in Dark Souls 2 Zum Beispiel Da hat man ja Seelen Ziemlich viel bekommen Also, anfangs jetzt auch nicht Aber das ist ja noch nicht mal der Anfang Nicht mehr jedenfalls Also, ich weiß nicht Wie lange das Spiel geht Aber Es ist für mich jetzt nicht der Anfang Aber jetzt wenn man so zurückblickt Es ist auf jeden Fall noch nicht die Mitte, glaub ich Also, es kommt noch so einiges auf uns zu Bin ich der Meinung Hoffe ich auch Dark Souls 3 ist super Kann man immer mal wieder Wenn man richtig Bock auf irgendwas Zum Schnetzeln hat Kann man's immer wieder gerne spielen Macht auch wirklich Spaß Wir werden mal oben den Typen noch platt machen Ja, der ist noch da Okay, ich dachte, der würde jetzt nicht mehr spawnen Aber der ist Ach doch, der fuchtet noch mit seinem Stab da oben rum Ja Hol dich mir Bla bla Ich find's interessant Dass die anderen nichts machen Nur Wenn man sie halt Angreift Ich find das wirklich interessant Und ich find das auch gut so So, aufladen lassen Und der letzte Ja, dann jetzt haben wir schon 1100 Das ist ein Schild Das muss mir ja jemand sagen Dass das ein Schild sein soll Geh da unten durch Schnell, schnell, schnell Oh Gott, ey Jetzt hab ich schon ein bisschen Schiss Muss ich sagen Oh, der ist es down Gib mir ein finster Schwert Jawohl Hab ich schon, aber egal So, ich werde jetzt meine Seelen bitte wieder haben Danke Das wäre jetzt wirklich sehr, sehr toll Wenn das passieren würde Okay Ja Jetzt sind diese Viecher da Aber ich glaub, die sind nicht ganz so übel wie die anderen Okay 7000 schon wieder Oh ne, ne Ach, der eine ist ja dieser Alki Der andere ist dieser Metrante Nerv Ja, okay, tot Okay Ich hab nix gesagt Der macht auch irgendwie nix Da hinten sitzen noch zwei Hab ich gesehen Und bewachen schon wieder ein Tor, oder? Tatsache Die haben sie mit Toren Oh, da ist auch noch irgendeiner Hier hat ein Tor Ich glaub, der hat den Kampf verpennt Oh, hier geht's auch noch weiter Dort ist auch noch so ein Vieh Einmal, was ist denn hier los? Oh, fuck Ja Kotzt du nur rum? Du kannst auch nix irgendwie Du bist irgendwie nur useless bist du Außer bei vielen Gegnern Wenn er dann seinen Rauch macht, dann Dann ist man echt am Arsch Da geht's rein Oh Gibt's hier ein Leuchtfeuer? Da ist echt ein Leuchtfeuer Ha Hammer Moment mal Das sieht so aus, als wenn ich jetzt wieder im Sumpf wäre Also jetzt nicht in den Sumpf Wo alles voll ist Sondern im Sumpf, wo die Krabben waren Die Riesenkrabben, die ersten Ist ja interesting, ey Und hier kann man runterfallen Um sich dann die Gegenstände zu schnappen Muss man aber einen ganz schönen Langen Weg laufen Jetzt bin Jetzt hab ich auch schon gerastet Das ist jetzt nicht so geil Oh, da lebt der noch Hi Und du gehst auch down Da ist eine Eisbestie Oh Shit Ich Der fappt sich ein Guck mal, das ist genau das Loch mit der Hand Ja, leider fappt er sich irgendwo woanders hin Keine Ahnung Good morning Oh Na, ausgeschlafen Schwer bist du ja alle Male nicht Eigentlich Also ich hab dich jetzt nicht schwer in Erinnerung Nö Guck Tot Titanitschuppe Hey Mann, war das spannend So, weiter geht's Ah ja Das war klar Große Zauberwaffe Werden wir uns gleich mal durchlesen Die kriegt man ganz schön spät So Fahrt der Opferung Genau den meine ich So Und jetzt sind wir wieder Im Sumpf Ah, das wird mir nicht angezeigt Das ist schade Ich werd's gleich lesen, alles Alles Wir haben eigentlich nur eine Sache bekommen, oder? Äh Jetzt hab ich schon wieder vergessen, was wir bekommen haben Die Titanitschuppen Okay, gut Äh Ach ja, da, genau Große Zauberwaffe Verbesserte Version von Zauberwaffe Verstärkt die rechte Waffe enorm mit Magie Nur magischen Schwertkämpfern mit besonderen Pflichten Ist es gestattet, diesen Zauber einzusetzen Die Azone Klinge soll selbst schwer gepanzerte Ritter Mit Leichtigkeit niederstrecken Ah, das ist natürlich interessant Und hier kommen wir jetzt runter Genau Pfarrenfester So, muss das sein Hier sind dann noch die Gegenstände Sühne Uh, ein Zauber Hohler Edelstein Kein Zauber Aber beides neue Sachen Das ist schön Der hohle Edelstein Verändertes Titanit Massenhaft in Londor Dem Land der Hüllen Vorkommendes Gestein Genutzt zum Durchwirken Um hohle Waffen herzustellen Es heißt hohle Waffen würden die Essenz des Trägers erblicken Dessen Glück den Angriff verstärkt Oh Dessen Glück den Angriff Okay, das ist interessant Das ist sehr interessant So, Sühne Dieses Wunder empfangen die Verstoßenen der Schwarzen Kirche von Londor Weckt mehr Aufmerksamkeit von Gegnern Dies ist die einzige Geschichte, die den Verbanden bekannt ist Ja, so, war richtig Sie glauben, sie enthalte Worte der Vergebung Und schließlich müssen auch verfluchte Reisen einmal ein Ende nehmen Okay Ich werde jetzt aber auch mal ein Ende nehmen Indem ich jetzt hier den Heimarknochen benutze Weil ganz im Ernst Ich werde nicht den ganzen Weg wieder dahin latschen Darauf habe ich keinen Bock Wir haben im letzten Part genug gelatscht Jetzt geht's straight nach vorn Ich werde ein bisschen vorankommen Was natürlich logisch ist Und ich glaube, ich werde den Sound vom Spiel mal jetzt ein bisschen lauter machen gleich Weil ich sehe, es bringt nichts, das auf 27 zu haben, glaube ich Äh, Optionen Wo ist Audio? Da ist Audio So Eins mehr müsste eigentlich gehen Ja, dürfte gehen Ah, wir haben 13.000 Zählen Oh, shit Ach, guck mal, das sind zwei, die da kommen Das wäre mal geil Guck mal, ob der hinter mir auch noch kommt Oh, hab ich dich niedergestreckt? Ist ja traurig Ja, der kämpft jetzt gegen die Nein, der lebt noch Go Trinker Nee, der macht den eiskalt fertig Wie er es einfach mal geblockt hat, ey Ich meine, der gibt jetzt zwar gratis Seelen Aber trotzdem So, dankeschön Das war nett Das hat mir gefallen 15.500 Alter Also, wenn ich jetzt sterben sollte Und ich verlieren sollte Bin ich echt selber schuld Da oder oben ist noch einer Da oben ist bestimmt noch was ganz anderes, oder? Ganz anderer Gegner so versteckt Zack Und weg Giftiger Edelstein Die droppen die einfach mal so Das ist ja bitter Schwarzes Käferkügelchen Ich glaube, die habe ich sogar schon Ich will jetzt eigentlich nicht wirklich weitergehen, ne? Hab so ein bisschen Angst Zack Oh, das hat ein Glück noch gezählt, ey Der ist zwar nicht ganz tot Aber bewegt sich dennoch nicht Faules Kiefernharz Okay, wir gucken, ob ich die schwarzen Kükelchen schon hatte Nee, hatte ich tatsächlich nicht Medizinisches Kükelchen Das aus Zerstoßen Insekten gewonnen wird Die schwarze Variante steckt vorbegegen Die Dunkelschadensminderung Die Wächter des Abgrunds der Untoten Legion Haben immer einen großen Vorrat Dieser Medizin Die von den Guru-Nachfahren Der Akolyten hergestellt wird Es heißt Ihre Nachfahren Stellten sie auch heute noch her Okay Das andere Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr Was das war Krass, wie man sich hier so Durchsneaken kann Bei den beiden Aber ich glaube Sind sie es ehrlich gesagt Nicht mal wert hier Und der merkt gar nichts von seinem Bro Der hat einfach mal nichts gemerkt Okay Auch nicht schlecht Aber Freunde Bevor ich durch diese Tür da gehe Ich glaube, da ist nämlich ein Boss Ich meine Es kam schon Ewigkeiten Kein Boss mehr Ich glaube jetzt schon 6-7 Part Gefühlt Doch Das kommt gut hin Ne Quatsch 6-7 Part Könnte ja gar nicht sein Die Hexe gab es ja noch Deswegen werde ich jetzt erstmal Leveln gehen Und danach Machen wir Vielleicht einen Boss Wenn es ihn denn gibt Okay Das Schwert ist durch seinen Kopf Durchgesteckt Ist das normal Ne ist es nicht Okay Das sah echt krass aus Also krass im Sinne von cool So Kopf durch ein Schwert Oder Schwert durch den Kopf Beides So Das ist sogar noch unter dem Okay Das ist krass Das macht nämlich gar keinen Sinn Ich esse jetzt mal eine Erdnuss So Das war es auch schon So So Mein Täubchen Wir haben ja was zu melden We need strength Strength Bitte gib mir strength Zack Ja wow Ein Level Juhu Ja vielleicht können wir noch eins machen Wäre auf jeden Fall gut Weil 7000 Seelen möchte ich auch nicht verlieren Das wäre ein bisschen schade Schade um die Seelen Das ist doch nice aus Das passt doch bestimmt Komm bitte Wied die Faust aufs Auge Bitte Ja Das war ein innerstes Freuen Ja Jo Lebt ihr auch wohl Euch wohlgehaben Ich mache jetzt vielleicht einen Boss Ich versuche es jedenfalls Ich werde auch glaube ich einfach durchrennen Drang Doppelsperr Okay krass Doppelsperr What the fuck What the fuck In zwei Händen Jeweils ein Sperr Das ist krass Das ist hart So So Durchrennen oder nicht Ich will nicht so viel Seelen bekommen Ehrlich gesagt Ich glaube ich nehme die Durchrenn Variante Also jedenfalls die Außenrum Variante Der ist jetzt komplett tot oder? Ne ist er doch nicht Die beschäftigen sich da mit denen Ach ich kriege ja die Seelen sowieso Ich kriege die ja sowieso Na Das ist jetzt doof Hi So den da hinten mache ich jetzt gar nicht Na gut macht ihr mal da Gucken wir uns mal an Oh Schönes Gesicht Oh das ist sowas von hundertprozentig Ein Boss Das ist so So mega klar ein Boss Oh es ist ein Boss Es ist ein Boss Freunde es ist ein Boss Ich freue mich aber ich freue mich auch nicht Weil der sieht Schon jetzt Ewig aus Oh Ich hoffe ich bin ein Boss Und ich freue mich auch nicht so Hi, mein Name ist Mino. Ich möchte bitte auf die Fresse bekommen, denn sie sehen verdammt schnell, flink und gewendig aus, was als dasselbe ist. Das war cool. Die neuen Gargoyles hier anscheinend. Hüllung auf den Weg, die Flak zu finden. ullbergekl. Wärme. Wärme. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Spiel ist ganz schön laut, muss man mal so sagen. Ich warte hier so ein bisschen. Das war es doch niemals. Es war so klar, dass es das nicht war. Das wäre viel zu einfach gewesen. Oh scheiße, Feuer. Ich habe glaube ich nur noch zwei Violen. Das ist nicht geil. Hast du schön gemacht, den Trick. Muss man dir lassen. Ich muss mich kurz konzentrieren. Ich glaube, ich schaffe den nicht mehr. Das war mein erstes Mal mit dem Boss jetzt. Ja, das war klar. Das war klar. Die Musik ist verdammt laut wahrscheinlich gewesen. Es tut mir wirklich leid. Ich werde die Musik wieder mal ein Stück runterstellen. Ein Stück. Ja gut, soll ich den jetzt nochmal probieren oder soll ich jetzt den Cut machen? Ich glaube, ich mache jetzt hier vor der Türen Cut. Ich mache vor der Türen Cut, dann habt ihr noch ein bisschen Screentime. Könnt ihr noch ein bisschen was sehen. Vielleicht verliere ich jetzt auch gerade. Vielleicht faile ich. Weiß ich ja nicht. Und dann im nächsten Part werden sie geschlachtet. Also die sind nicht so schwer. Die sind ehrlich gesagt sogar ziemlich leicht. Nur man muss halt wissen, wie die gehen. Und dass jetzt dann noch ein Dritter kommt und die dann auch ein bisschen ablenkt, hilft einem natürlich nur. Am besten sollte man gar kein Leben verlieren auf dem Weg. Aber ich meine, acht Violen sind schon eine Menge. Und dass es ein Boss wird, war so klar. Ohne Witz. Also klarer ging es gar nicht mehr, dass da ein Boss kommt. Aber es hätte ja auch anders sein können, trotz alledem. Kämpfen die jetzt da nur noch oder muss ich jetzt hier... Na gut. Ah, ich kann direkt hier einen Cut machen. Ist das nicht wunderschön? Vor dem Nebel. Gut. Ich habe ein bisschen Angst hier. Naja. Egal. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein und ciao.